ich habe noch nicht so viel zu sehen im keller ich klaue nicht ich füge nur hinzu habe ich gesehen bei mir ist in den kisten manches drin ja ach so das feuer stellen deswegen kann ich das nicht ich brauche kohle hey weißt du was ich in einem deiner fässer gefunden habe was denn fichten setzlinge acht fichten setzlinge in dem fach draußen ja da war ich eingetan ja und dann hast du angefangen eiche zu benutzen stattdessen ist halt so ist das leben hart und grausam und hart und grausam so wie mein was natürlich noch ein bisschen bruchstein das ist kies auch zwergi ist richtig abbauen keine zeit ist mein klo ausbauen so gut dass ich hier nicht an meine baum farmen lass wir sagten dass nach vorn danach frage so wenn damit stellen muss ja stehen stufen sind jetzt ein bisschen überflüssig das deku krams damit kann ich hier so ein bisschen kann ich von mir das auch machen ok das war jetzt großartig muss für besser einsetzen so vielleicht ja ja das ist noch ein bisschen besten kunst kunst am bau besser als pfusch pfusch an der kunst man ist normale kunst moderne kunst genau das machen wir uns schon ein besseres angebot noch gefunden was mache ich da für geräusche jemand hat das gemacht alle alle geräusche mache ich alle ohne ausnahme irgendwie kommt mir das bekannt vor jetzt hätten wir es schon mal gehabt ich glaube da ist ein fehler in der matrix das wird sein schon ein bisschen das verbauen nein Nein, falscher Stein, ja, kann sich doch sehen lassen. Warte mal, wird nie so gähnt, das ist langweilig. Ja. Ja. Du brauchst immer nur, spiel mal ein bisschen Fortnite. Mit Sicherheit. Oha. Jetzt bin ich keine Steine übrig. Genau eine Steinziege zu viel. Eine Steinziege? Genau das. Das hast du denn gerade gesagt, ich habe verstanden, eine Steinziege zu viel. Siege habe ich gesagt. Ich muss das Ende aber besser betonen. Der seufzt. Der seufzt, der boff. Ja. Kann man Weizen, kann man noch verbrennen. Bleib. Natürlich kann man das nicht. Verbrennen, ich hätte eine Fakle. Schon mal drüber nachgedacht, einfach Kohle holen zu gehen? Nö. Fuck, den kann ich auch nicht verbrennen. Das würde zu lange dauern. Da habe ich noch Sticks drin. Sämtliche Holzprodukte und Lava brennen. Was? Lava brennt? Du kannst Lava Eimer in den Ofen setzen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Lava brennt. Wenn der verbraucht? Der Eimer selbst wird ausgespuckt, die Lava wird verbraucht. Schade. Aha. Dafür ist es aber auch dann das am längsten haltende Brennstoff im ganzen Spiel. Na dann. Das gleicht hier wieder aus. Hey. Soviel dazu. Alter. Warum? Boah, die Lex bei mir sind echt nicht mehr spaßig. Hm. Das brucht dann. Ah, hast du auch eine ziemlich mäßige Verbindung gerade. den bruchstein will ich jetzt hier nicht einbauen in die wand sieht nicht aus das wundert mich nicht die technik internetausbau in deutschland digitalisierung das hatten wir glaube ich schon mal stattdessen versuchen sie gerade das verschlüsselung zu verbieten ja den stadtstrojaner zu führen der stadtstrojaner haben sie jetzt sogar schon durchgedrückt jetzt sind sie gerade noch drei bei zu versuchen verschlüsselung an sich zu verbieten ja ich darf wohl nicht sein dass man private daten hat wir müssen alles sehen können alles überwachen und alles schön noch am ende der legislaturperiode modi das ist ja doch wohl nichts zu vermerken oder ich nicht aber andere habe ich auch schon mal ein schönes video zugesehen zum thema ich habe nichts zu verbergen mir scheiß egal im service hat hole ich mir verlege ich meinen server in die schweiz wenn es drauf ankommt ja im zweifelsfall ziehe ich halt in die schweiz das wird schwer bei dir wird das schwer bei dir wird das schwer ich bock habe ich staatsbürgerschaft schon näher ich finde innerhalb von zehn minuten dann job muss aber auch schon vorhandenes eigenkapital und sowas vorweisen bevor du da hinziehen darfst so ein scheiß ich weiß ich weiß es ist aber alles machbar das klima hin zu dieses bett hin so eine wertbank neben das bett finde ich ein bisschen seltsam aber okay und schon zu mir erschlagen du wirst aber heute hier wirklich ach ich bin schon wieder tot was du wirst ja schon wieder es ist schön dass ihr erfahrt dass ich gestorben bin bevor ich es erfahr zweimal bist du gestorben ja toll wie gesagt es ist toll dass ihr wisst dass ich tot bin bevor ich es weiß so wirst du gleich wissen mhm bin ich schon wieder tot nee nur zweimal jetzt bin ich auch tatsächlich wieder im spiel von mir aus so Wo ist er hier hin? Trudov. Das ist keine schlechte Idee. Was denn? Kisten so miteinander zu stapeln. Doch, klingt nach einer sehr schlechten Idee. Äh, nö. Puh. 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 Puh, Puh. 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 nee das war es nicht gedacht es muss ein chancen das kisten system hier noch ein bisschen Kr scenen d ein kx-kx-kx-kx-kx-klop in meiner Kuhla Aha. Oder was war's? Er sagt leider nix. Hä? Schade. Joa. Wenn wir das jetzt noch hier nach drüben packen, sieht's wohl noch was aus. Halbwegs. So ein bisschen planlos hier. Äh. So. 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 Obwohl das fast besser aussah mit dem Doppel-Tool. Wie, wie? Wie hat er das gemacht? Wie hat wer was gemacht? Der Ersteller dieses Videos, des Tutorial-Videos. Hm. Dann muss vielleicht gleich so, das macht Sinn. So, sehr schön. So sieht das auch anders aus. So, sehr schön. Da fängt man die Laternen am besten hin. Da wo sie dir gefällt. Stimmt. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Was macht er noch mit der grünen Wolle? Okay. Ja, ja. Hm. Und jetzt noch. Hier noch drei Ofen dazwischen. Dann macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn. Das macht natürlich nix wirklich Sinn. Aber hübsch sieht es aus, einigermaßen. Hm. Scheiße, mein Lagerhaus ist asymmetrisch. Hm. Das meint es ja sowieso immer. Ich meine, damit ich komme mit meinem Dach nicht genau zusammen. Tja. Da könnte man jetzt noch Blumenkübel mal hinstellen, aber okay. Gründer Teppich für die ist auch nicht verkehrt. Oh, ist erstaunlich jede Spinnen auf dem Dach. Ja, ist halt nügel. Und das ist halt so. Kann man die Laternen nur an der Decke hängen, oder? Oder auf dem Boden stellen. Aber an der Säule hängen kann man es jetzt nicht, oder? An der Wand hängen kannst du es nicht, ne. Hm. Das ist jetzt natürlich blöd. Teppich. Das macht den Keller ein bisschen angenehmer. Na toll, das ist die Spitzwecke weg. Plup. Du musst halt mit der Faust abbauen. Stein mit der Faust abbauen. Das ist definitiv eine klug Idee. Das geht auch mit Sicherheit. Sollten wir halt die Laternen aufbauen. Spitzwecke. 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 Steven war schon wieder Nacht. YAN. Ich merke im Keller nicht viel davon. Ach so, ist es gefühlt immer Nacht hier. Tja, wir haben wieder ein bisschen was runtergebracht. So, das ist so cool. die blomentöpfe später noch hinstellen für lagerraum ist doch kein platz für sachen morde von den küpern du wirst gleich wahrscheinlich bei dir brauchst du siehst nein die tode sehe ich schon aber du wirst gleich von achtungsbörder du wirst gleich von dem küper solange du mir jetzt nicht sagst dass ich von einem enderman getötet werde ist alles gut weil er steht hier gerade neben mir ich weiß nicht ob er wirklich neben mir steht aber ich sag mal ich will es dir nicht sagen sagst du wenn du wohnst okay aus mit dem sinnlosen balkon so muss das sein die waren leitern ich kann sogar genug leiter machen das doch bestimmt noch hier oben drauf das ist doch fast ein bisschen heimlich aus hier in meinem killer und da ist noch sachen und ich habe noch platz für andere sachen kann man auch immer sachen andere schmiedhöfen machen und so kann doch hier was nach jetzt noch wir haben wollen die martin wenigstens ich bin das ist ja noch irgendwann spiegelbohnen ein glasbogen rein machen muss jetzt nicht von oben runter gucken soll jetzt auch nicht so so Untertitelung des ZDF, 2020